Die letzten 24 Stunden waren auf dem Kryptomarkt überaus prägend und auch heftig, aber das Ganze spitzt sich weiterhin zu, denn in den letzten 24 Stunden haben wir nämlich noch weitere Informationen rund um das Thema FTX bekommen. Wir haben auch einen Deal zwischen Justin Sun und SBF gesehen, der meiner Meinung nach höchst illegal ist und wir haben auch eine Manipulation auf den Markt, den wir gerade live auch mitbekommen, der just in time gerade passiert. Und an diesem Punkt gibt es nämlich noch weitere Akteure auf den Markt, die mittlerweile ihre Auszahlung stoppen und das wiederum eine Kettenreaktion in sich auslöst und das Thema ist wie immer spannend, auch überaus dynamisch, denn es passiert in den letzten Stunden Themenbereiche, die wir in den letzten Stunden überhaupt nicht kaum gesehen haben und diese Sache aktuell ist überaus dynamisch. Und ich bin dafür da, um dich in diesen Themenbereichen einmal ganz kurz abzuholen. Ich versuche dieses Video auch nicht allzu lang zu halten und ich habe diese einzelnen Informationen auch versucht chronologisch darzustellen, damit du einfach das Ganze für dich chronologisch mitbekommst und damit du auch weißt, wie der Stand der Dinge ist. Und wie immer herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Wenn du noch nicht abonniert bist, tu es gerne, supportet mich. Aber ich würde an dieser Stelle sagen, dass wir einmal ganz kurz in die Folien reinspringen und dich dazu nochmal kurz abholen. Es geht nämlich um SBF. SBF hat hier nämlich auch zwischenzeitlich ein Statement verfasst. Er sagt, dass er sich nämlich für sein Verhalten auch entschuldigt. Und so wie ich das aus diesem Tweet herausnehmen kann, hat er sogar Kundengelder veruntreut, indem SBF Kundengelder mit einem 1,7-fachen Hebelwirkung eingesetzt hat, um zusätzliche Profite zu machen bzw. um die Liquidität überhaupt bereitzustellen. Dieser Move ist überaus illegal, weil Kundengelder veruntreut worden sind und weil sie nämlich auch zwischen den einzelnen Crypto-Exchanges mit den Policies auch verstößt. Aber wenn du der Meinung bist, dass das illegal war, dann werden wir nämlich jetzt auf die nächste Folie springen, weil das ist massiv illegal, was hier gerade auf dem Markt passiert. Und absolute Marktmanipulation, meiner Meinung nach, wird das irgendwelche rechtliche Konsequenzen mit sich bringen. Aber schauen wir uns mal an, was hier eigentlich passiert ist. Zwischenzeitlich gab es zwischen FTX und auch Justin Sun, also dem Tron-Ökosystem, einen Deal. Ein skizzenhafter Deal und dieser Deal besagt, dass Kundengelder abgezogen werden können, aber nur, wenn die Kunden das Tron-Ökosystem dafür auch nutzen. Das bedeutet im Umkehrschluss, ich brauche, wenn ich einen Bitcoin habe, muss ich dann meinen Bitcoin in Tron einkaufen oder verkaufen, um überhaupt mein Geld auszahlen zu können. Aber zwischenzeitlich gab es nämlich auch auf FTX einen Preisanstieg von 2,50 Dollar. Also ein 4000-prozentiger Preisanstieg auf der Börse FTX, was überaus krass ist. Leider zum Leid der Opfer, denn viele haben verzweifelt versucht, so viel Tron wie möglich zu kaufen, um ihre Gelder abzuziehen. Aber schauen wir uns mal den Preis auf FTX nämlich gemeinsam an. Und zwar würden wir für ein Tron 35 Cent bezahlen, was sehr, sehr viel ist. Denn im Durchschnitt auf dem normalen Kryptomarkt würden wir im Durchschnitt 0,05 Cent bezahlen. Aber im höchsten Peak gab es Leute, die sogar für 2,50 Dollar Tron gekauft haben. Lasst uns mal ein Gedankenexperiment durchführen. Nehmen wir mal an, wir haben 1000 USDC auf der Börse FTX. Das bedeutet, die USDC kann ich mir so nicht ohne weiteres auszahlen lassen. Ich kann auch kein Ethereum oder Bitcoin auszahlen lassen. Ich muss zwangsläufig das Tron-Ökosystem auch nutzen. Das bedeutet, ich würde 1000 Dollar haben, würde zum höchsten Peak 2,50 Dollar pro Tron bezahlen, würde 400 Tron erhalten und würde dann auf eine Börse meiner Wahl das Ganze verschicken. Und wenn wir uns dafür entscheiden, die 400 Tron, die wir mittlerweile aus FTX haben, auch auf Binance zu verkaufen, würden wir an diesem Punkt 23 Dollar bekommen. Das bedeutet, wir haben einen massiven Verlust von mehr als 90 Prozent. Wenn wir jetzt den Kurs jetzt auch auf 35 Cent setzen, wäre es immer noch 80 Prozent, was ich persönlich richtig, richtig hässlich finde. Und wir sehen nämlich das gleiche Spektakel auch rund um den Huobi-Token. Denn anscheinend ist auch Huobi-Token von diesem kleineren Deal, was überaus illegal ist, mit betroffen. Und Huobi hat nämlich einen Preis von 36 Dollar und tatsächlich im Durchschnitt 6 Dollar auf einer normalen Börse, was ich persönlich überaus krass finde. Wie kann es eigentlich sein, dass das Legal- oder das Compliance-Team gar nicht, gar nicht SPF darüber berät, dass das Ganze auf einer höchst gefährlichen Ebene illegal ist? Denn wenn normale Leute das machen würden, die wären sofort im Knast. Und anscheinend kann SPF machen, was er will. Denn das Ganze spitzt sich noch weiter zu. Denn mittlerweile gab es noch eine Eilmeldung über Bitcoin Archiv. Und zwar der SEC-Vorsitzende Gary Gensler half der FTX an rechtlichen Schlupflächern zu arbeiten, um ein regulatorisches Monopol zu erlangen. Und da haben wir auch nochmal unseren Beweis, worüber das Ganze gekommen ist. Tom Emmer hat das Ganze soweit veröffentlicht. Und das ist nämlich auch überaus hässlich. Also anscheinend, anscheinend, ich will jetzt hier keine Panik schnüren, anscheinend hat ja, ich weiß nicht, inwiefern da was dran ist, aber an Schlupflöchern zu arbeiten, ist auch schon überaus strafbar, wenn man überhaupt daran arbeitet, irgendwelche Schlupflöcher, wenn es um Geld geht. Stellt euch mal vor, eine Bank würde das machen. Was würde dann die BaFin tun oder die SEC tun, als Beispiel, wenn eine Bank daran arbeitet, ein regulatorisches Monopol zu erlangen. So, das Ganze hört nicht auf. Es geht leider, leider weiter. Und zwar geht das Ganze hinüber zu einem Domino-Effekt, zu einer Kettenreaktion, was ich in meinem letzten Video schon angesprochen hatte. Denn auch BlockFi hat sich zwischenzeitlich gemeldet und sagte nämlich auch, dass die aktuellen Ereignisse für BlockFi selber schockierend seien und dass sie auch die Nachrichten über FTX und Almeda überhaupt nicht gut empfinden, aber vorsichtshalber nämlich die Auszahlung auf BlockFi erstmal stoppen werden. Was ich persönlich sehr, sehr schade finde, mittlerweile hat auch Cointest darüber berichtet. Es berichten gerade sehr, sehr viele darüber. Aber es sollte dir auf jeden Fall klar sein, dass so langsam eine Kettenreaktion in sich stattfindet. Und Alameda und auch FTX haben soweit die Steine ins Rollen gebracht. Denn nach dem Sturz von 3 Arrow Capital sind nämlich auch indirekt viele Projekte betroffen, die überaus gut im Miese waren, aber vielleicht nicht Konkurs angemeldet haben, die sich gerade mal so über Wasser gehalten haben, würde auch die Misere rund um FTX und auch Alameda Research viele andere Projekte den Gnadenschuss auch geben, was ich persönlich überhaupt nicht gut finde. Und das Ganze geht nämlich auch weiter, denn auch zwischenzeitlich, Genesis Trading hatte sich dazu gemeldet und gesagt, dass sie einen Verlust, also einen Gesamtverlust von umgerechnet ca. 7 Millionen US-Dollar haben, obwohl tatsächlich anfangs sie das geleugnet haben, aber zwischenzeitlich gesagt haben, hey, dieser Schritt ist überaus lang, wo sie dann gesagt haben, hey, wir haben zwar selber mit FTX oder Alameda Research gar nichts am Hut, aber es gibt einige Parteien, dritte Parteien, die dieses Geld dann auch verwalten und demzufolge auch erstmal massive Verluste auch eingefahren haben. Und so langsam geht das Ganze in eine Richtung, die überaus hässlich wird, wenn es rund um Krypto geht. Ja, zwischenzeitlich, das müssen wir ja auch sagen, ist der Markt hier überaus gut und positiv gestimmt. Aber Leute, lasst euch von dieser Bullenfalle nicht täuschen. Geht nicht davon aus, nur weil der Markt hier so ein bisschen im grünen Bereich ist, dass alles wieder Friede, Freude, Eierkuchen wieder hochgehen kann. Es dauert nämlich immer eine kleinere Zeit, bis eine Implosion beginnt und diese Brände dann auch auf andere Projekte übergehen. Aktuell sieht es gut aus, muss ich auch sagen, ich bin auch froh darüber. Aber dennoch müssen wir das Kind auch beim Namen nennen und Vorsicht walten lassen, wenn es um irgendwelche Investments geht oder um irgendwelche Krypto-Projekte geht, wenn ihr in irgendwelchen Chains eure Gelder staken wollt, wie auch immer. Deswegen würde ich lieber Vorsicht walten lassen und erstmal vielleicht ein paar Tage so ein bisschen abwarten, damit wir wirklich schlussendlich sagen können, ob das Ganze jetzt vorbei ist oder ob wir einen neuen All-Time-Low auch sehen. Wie gesagt, ich möchte keine Panik hier verbreiten, aber mich würde an dieser Stelle auch deine Meinung dazu interessieren. Schreib das gerne in die Kommentare, was du davon hältst, wie du das Ganze siehst und inwiefern du auch der Meinung bist, dass das Ganze eine Kettenreaktion in sich auslösen würde. Wir sehen und hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao.